Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man einen Netflix-Gutschein einlösen und somit auch sein Guthaben richtig aufladen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Einlösen von einem Code, egal ob du das Ganze jetzt per Geschenkkarte, per Kassenbon oder auch per E-Mail erhalten hast, funktioniert am PC, am Smartphone und auch am Smart TV relativ ähnlich, egal wie hoch dieser Geldbetrag jetzt eigentlich wirklich ist. Und deswegen zeige ich es einfach mal zur besseren Darstellung am PC. Zuerst einmal solltest du am besten unterhalb des Videos, das du gerade schaust, auf den Link-Code einlösen klicken. Dann kommst du nämlich auch schon zur offiziellen Website der netflix.com slash redeem. Und hier können wir sehen, dass wir auch schon unseren Pin dementsprechend eingeben können. In meinem Fall habe ich mir eine Geschenkkarte zugelegt mit einem Wert von 25 Euro. Und diese muss ich einfach mal umdrehen. Und dann können wir hier unten nämlich auch schon ein Feld sehen, wo wir das Ganze einmal vorsichtig mit einer Münze frei rubbeln müssen. Und wenn das Ganze geschehen ist, kommt auch schon der Code zum Vorschein, der wo normalerweise auch am Kassenbon oder zum Beispiel in einer E-Mail drinstehen sollte, wenn du das Ganze natürlich online gekauft hast. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach mal hier links in das entsprechende Feld eingeben. Wichtig ist natürlich, dass du auf die beliebten Fehler, wie zum Beispiel das Vertauschen von einem großen O und einer Null oder auch das Vertauschen von einem großen I und einem kleinen L unbedingt vermeiden solltest. Und wenn du darauf geachtet hast, dann einfach mal auf den Button Einlösen draufklicken. Als nächstes können wir noch einmal sehen, wie hoch eigentlich das Guthaben von dieser Geschenkkarte ist. Wie gesagt, in meinem Fall 25 Euro und anschließend müssen wir noch die entsprechende E-Mail-Adresse eingeben, wo das Ganze jetzt auch drauf gutgeschrieben werden soll. Wenn auch das stimmt, einfach mal wieder auf Weiter klicken. Wir werden sicherheitshalber nochmal gefragt, ob das auch wirklich die E-Mail-Adresse ist, wo das Guthaben jetzt draufkommen soll. Bei mir passt das, weswegen ich einmal auf Ja klicke. Und wir können sofort sehen, dass unsere Gutschrift erfolgt ist und bekommen aber auch noch eine Bestätigung an unsere hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet. Deswegen jetzt einfach mal auf Losschauen klicken. Anschließend kommen wir zu dem Bereich, wo wir uns mit unseren Daten einloggen können. Das mache ich jetzt auch einmal noch. Und zu guter Letzt möchte ich das Ganze noch überprüfen, weswegen ich hier oben rechts einmal noch auf dieses kleine Logo gehe. Gehe anschließend auf Konto draufklicke und wir können jetzt auch schon sehen, dass hier dieses 25 Euro Netflix Guthaben hinterlegt ist. Und das Konto somit bis zum 29. Oktober 2021 in meinem Fall richtig bezahlt wurde. Falls du übrigens noch kein Netflix Konto hast, solltest du unbedingt einmal noch mein Video Netflix Konto erstellen anschauen. Hier zeige ich das Ganze einfach mal Schritt für Schritt und in dem Bereich, wo wir die Zahlungsart festlegen können, da können wir jetzt auch zum Beispiel einen Geschenkkode ganz normal eingeben. Und somit haben wir bei Netflix jetzt auch schon einen Gutschein richtig eingelöst. Wenn du jetzt übrigens einen Netflix Gutschein für dich selber oder auch zum Verschenken an Freunde zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken. Dann kommst du nämlich auch schon direkt zu den Geschenkkarten auf Amazon. Und das Ganze gibt es nämlich auch noch mit speziellen Geschenkverpackungen. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.